hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Need for Speedmoves 1.02 ja ich habe sehr lange nicht mehr gespielt jetzt spiele ich wieder und jetzt kommt die komische Vorschau egal brauchen wir nicht dies andere bekommen weil ich gerade nicht weil ich ALFK also AWAY FROM PIBAT war weil ich das getan habe ich schalte mir hier meine Kopfhörer mal kurz leiser sind viel zu laut wartet ups so blieb besser wir fahren hier mit dem Lexus LFR es ist drei Wochen her dass ich das letzte mal aufgenommen habe denn ich war jetzt noch Projektwoche die letzten zwei Wochen bevor habe ich keine Ahnung was getan egal ich glaube ich war dann so ungefähr wo wir waren wir haben den Mutorten gerade geschafft wir wollten mit dem glaube ich Rennen machen das tun wir es auch gleich Rennen ja doch nur da und da und ich mach immer die Leichen okay das sind scheinbar schon mal gefahren wenn dort steht Rennen zum Rennspringen heißt es ist schon gefahren schon gefahren sind man wird bemerken ich bin sehr stark verschnupft aber aber das ist das Durchschnittsrennen ja ja das weiß ich noch das haben wir nicht geschafft das letzte mal und das kann ich mich noch erinnern so kommt Speedaufbahn alter ja sehr praktisch sehr praktisch so um Rennen verstanden Einsatzleitung genehmigt Co3 in 2 nein nicht anfahren das wäre ganz schlecht müssen wir den ganzen Dücken auseinander hauen scheiße das haut den ganzen Durchschnitt auseinander ich sehe nichts das mag recht stressig am herum im Durchschnitt Crash doch noch nicht mehr zu sehen so und jetzt geht es wieder voran nein 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 das wollte ich gar nicht alter dann sagen halt ich bin so scheiße in dem Spiel wenn sie das nur selber spielen bitte sagt dass ich so extrem scheiße bin spiel selber auf PC mit der Tastatur bitte spiel das doch selbst das musste mal gesagt werden egal er wird immer 70 kmh da geh schneller erst da geh schneller erst so ein Dachzug hat mir erreicht ah dann können wir schön Speedaufbahn 190 Ziel nein ja wir sind auf Silber und Silber haben wir erreicht Geländereffen verfügbar Niedraum wird zwar nicht geschafft mit dem wären wir noch auf 200 gekommen aber zumindest irgendwas also die Verbesserung im Wagen zu zahlen gelände den muss ich drauf geben potenziell an die um viele ja das ist ich will mal mehr vorgeschaffen so rennen nehmen wir gleich hinterher und kurs sprech schweres Sprengtrennen Versuche? Hallo? Geil, das Spiel Cheater wieder mal Das Spiel Cheater wieder mal sehr hart hier Egal Gehts weiter Das war eine ganze scheisse Aktion Bei 2 km sind wir beim Ziel Hey, was steht da? Ne, lasst mir den mal Jetzt fahren wir mal mit dem Lexus ein bisschen herauf Jetzt haben wir ihn schon, jetzt fahren wir mit dem Lexus Jetzt wird der andere Weg wieder schneller, ist ja klar Weiner So, was drin ist, gab ich das schon, oder? Ne, da wollte ich... Ne, da muss ich noch gleich Oh, das ist der Hinterhalt Nein, ich mag nicht Ich mag keinen Hinterhalt Könnte aber fahren Jetzt voll like ein Der Hinterhalt ist das mit dem Zeug, wo man den Kopf davon fahren muss Wenn ihr wollt, dass ich einen Hinterhalt fahre, bitte liken Besser gesagt, wenn ihr wollt, dass ich faile Ne, das war jetzt scheiße Wir können sie trotzdem liken Ist mir relativ egal In jedem Fall Ah, ich glaube, du bist ein geiler Heckfrügel aus Jetzt kommen wir viel mehr aufgeschwind... Okay, noch nur für die Geschwindigkeit waren wir auch Aber wir waren halt die Durchschnittsgeschwindigkeit Das war auch auf die Geschwindigkeit Das war auch auf die Geschwindigkeit so Nein, ihr seht nicht mehr ausgegangen Was? Alter, weg! Na also Jetzt ist es nicht mehr ausgegangen Was ist das? Nein, ich weiß Was ist das? 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 ich weiß so, dass wir die niemals einfach mehr NEIN! ja aber ich juckt sie mal scheiße egal du hast nur ne gute Bestandigung aber keine gute Höchstgeschwindigkeit danke scheiße abkürzlich sollte ich sehen mein Auto ist gut im Gelände scheiße nein nicht schön yeah geil riskieren und alles hat fast hätte das funktioniert fast hätte das Risiko ausgezahlt ne halt, das dreht jetzt viel zu schwer für uns ah wäre nicht letztendlich hoffentlich nicht so aber den Porsche holen wir uns auch noch vor uns dann müssen wir ihn bezahlen komm komm bye wir sind schon Vierter nein dann da fährt schon unser nächster Freund was fährt denn da? was fährt denn da? was fährt denn da? komm oh das war schon da ich war schon im Ziel Alter ist mir zu schnell gegangen ohne Nitro geht da gar nichts ich muss das erste Rennen gewinnen sonst bekomme ich niemals Nitro nein alter 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 ich mach dann nochmal das erste Rennen ich brauche das Nitro ich brauche das Nitro ich brauche das Nitro einfach weil Nitro bin ich hier chancenlos kennen wir schon ok downtown run wir starten an einer schlechten Durchschnittsgeschwindigkeit das holen wir aber auf hallo Alter ich darf nirgendwo anfahren wir sind die schon auf Brosse wir sind die schon auf Brosse hier sind wir vorhin angefahren das mach ich jetzt mal nicht so das geht ja gleich mal besser voran wir fahren zu 150 das bringt die Höchstgeschwindigkeit und die Durchschnittsgeschwindigkeit sehr hoch drauf ja das ist rausge- das gibt's nicht jetzt verarsch mich doch nicht das war grad so geil ich dachte scheiße ich crashe nein ich crashe dumm und dann crashe ich will nicht im Sprung ist das euer Ernst EA ne verarsch mich ja egal so jetzt geht es wieder langsam voran Silber ist glaube ich auf jeden Fall rein ne da kennt sich gar nicht noch aus da kennt sich noch voll aus das sollte nicht ausgehen das sollte nicht ausgehen das wollte ich nicht super da hätte ich drauf machen müssen was für eine Geschwindigkeit wäre überhaupt Gold ich hab keine Ahnung 209 kmh wenn das so nicht schaffen so neuer Versuch Alter Geschwindigkeitsrennen ja scheiße ja scheiße ja scheiße so ich versuch mich immer so in der Linie zu fahren ohne wirklich zu driften und sich die Geschwindigkeit halten können denke ich nicht so gut ne jetzt ist es nicht nicht ausgegangen so ich bleibe mal innen und jetzt fahre ich nach außen nein nicht nach außen immer nicht nach außen rechte Idee so ja wir sind auf 590 das ist sehr gut das ist sehr gut jetzt nur kein Fehler jetzt darf ich keinen Fehler machen ja sehr gut es läuft ja sehr schön ich bin gleich auf Gold nein 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 ich bin auf Gold gewesen ich muss nicht weiterfahren das Brems na super ja alles in den Arsch wieder mal ne also die Rennen sind so provokant ja jetzt schaffe ich es sowieso nicht mehr jetzt ist das ganze zu vergessen ähm ja jetzt muss ich 260 fahre ich das bringt doch jetzt kann es nicht schnell genug hoch nein 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 ich wollte ja noch ja keine Chance ich bin so schlecht in dem Rennen hier das ist auch so eine extreme nein gerade in der einen langen kurve schaffte ich gestern nicht genau in der einen kurve ich kann das Rennen gleich nochmal machen so danke gecrashed ich weiß nicht übrigens heute ist der erste Sommerferientag was auch relativ geil ist also ja nicht wirklich der erste Sommerferientag heute war der letzte Schultag und ich versuche das ganze nochmal also das eine Rennen das quält uns hier bis zum Gehen nicht mehr ja ich weiß Alter was war das ich versuche das ich versuche das das war nur das war nein nein zu vergessen zum vergessen halte ich hänge in diesem einen rennen das gibt es nicht ich bin jetzt könnt ihr sagen dass ich schlecht bin in dieser folge bin ich tatsächlich so schlecht ich habe das in freut mich schon mal formel 1 2013 was auch ein projekt wird in dem spiel denn ich bin ich nämlich eindeutig besser als in diesem spiel da bin ich tausendmal besser aber jetzt die konzentration ein kommt ja sehr gut perfekt das muss ich halten das geht sich aus ja das ist schwer ja das schaffe ich ja das war sehr gut Jetzt darf ich keinen Fehler mehr machen. Bin auf Gold, bin auf Gold. Rechts halten, rechts halten. Rechts halten. Nur mal ins Ziel fahren. Endlich. Endlich haben wir das geschafft. Nitro-Brenner verfügbar. Nein, es geht doch. So. Nein! Ich weiß auch. So, ich bin gleich mal viel froher als vorhin. Nein, Nitro-Brenner. Ich hab keinen Bock. Sag mal, hier weg. Jetzt kommt rein. So. So. Na. Nitro-Brenner. So. Jetzt sind wir gleich mal viel schneller. Das ist alles besser schon zu machen. Ich hab' alle Einheiten. Achtung. Verdering. 260. Yeah. 270! Und jetzt. Vollgas umbrennt. Yeah. 180. Und zwar weiter. Es war mehr als 1980er. Egal. Wagen, was ist denn neu? Mitsubishi? Evolution X? Geländewagen? Hm. Ne, hab ich doch keinen Bock. Schreibt in die Kommentare, falls ich mit dem fahren soll. Egal. Rennen. Machen wir bla... Ne. Machen wir den wieder. Den gärten wir vorhin. Energieschub Nitro. Auch geil. Da bekommen wir ja noch nächste Nitro. Ja, das kennen wir auch schon. Das ist uns nicht neu. Scheiße. Das war jetzt... Ich hab grad mal ein Mikro gerichtet. Und deswegen... War das grad... Nicht gut. Okay, aber wir holen gleich um einige schneller auf als vorhin. Die holen wir uns jetzt. Das hab ich gar nicht gesehen! Alter, ich hab das... Ich hab das Zeug wirklich gar nicht bemerkt. Ja, das Rennen ist jetzt von Arsch, aber... Ich verweiter. Das Rennen ist verloren. Oder? Oh, was ich... Das muss ich alles aufholen. Ich war hier herum in der Gegend. Das ist nicht echt eng. Das ist nicht echt, dass ich den letzten Platz noch bekomme. So. Das sind aber alle eng weinander. So, die ersten drei, komm mal hier. So, tschüss. Auf Wiedersehen. Wahrscheinlich gekannt zu haben. Scheiße. So, wie vorhin schon. So, nein, da ist schon das Ziel. Fünf, da. Nein, ich will wieder vierter werden. Nein, ja. Mein Versuch. Scheiße, das bekommt die Speedpoints nicht. Egal, so viele werden es nicht. So viele werden es nicht gewinnen. Wesen. Als Fünfter. Hätte man sich von Anfang an gleich besser fahren. Meine Paces ist gerade echt scheiße. Na komm, Alter. Wie soll ich bin denn da vorne? Der erste ist weg. Der zweite auch. Läuft er wie im Schnürchen. Alter, lass mich hier in Ruhe. Scheiße, der Timer für die Folge. Der Timer für die Folge wie... Scheiße, Timer, der vibriert jetzt und das stört Vollgas. Der Handy vibriert jetzt. Weil der Timer für die Folge vorbei wäre. Das muss genau jetzt passieren. Dann hätte ich erst mal rausgedrückt. Egal. Ach, das Ganze ist schon wieder zu vergessen. So, ich bin schon Vierter. Ja, Alter, der Wagen gibt. Ach, mit Nitro. So. Tschüss. So. Weg mit dir. Danke. Voll das Nitro. Ich werde noch Zweiter. Komm. Komm. Ja. So. Und mit dieser Aktion hier beende ich die Folge. Ist eine extremst peinliche Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.